Hi, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Danke, dass du wieder auf meinen Kanal eingeschaltet hast. Ihr habt den Titel gelesen. Heute ist mein XXL-Haul dran. Ich werde versuchen, die XXL-Haul aber nicht allzu lange zu machen, sodass ich auf 10 Minuten komme ungefähr. Ich kann eh keine Werbung schalten, deswegen. Aber ab 1000 Abonnenten kann ich das. Deswegen abonniert mich bitte sehr gerne oder teilt meinen Kanal mit meinen Freunden. Ich weiß nicht, ob die Belichtung so gut ist, weil ich probiere das erste Mal aus, hier zu filmen in der Umgebung. Sorry, dass ich ein Eis habe, aber es ist 32 Grad draußen und so ein Eis ist schon geil. Ich weiß, dass du auch ein Eis willst, deswegen. Sorry, wenn ich so ein bisschen schlabber nebenbei, nur Homo. Aber ja, ich habe gesehen, wir haben auch meinen YouTube-Kanal. Moment. 897 Abonnenten. Es sind noch drei Abonnenten, dann habe ich 900. Erstmal korrekt dafür, vielen Dank. Weiß ich jetzt, Schätze, ist ja korrekt von euch. Aber ja, ich sage jetzt schon mal vorab, ich selber persönlich finde Halls nicht allzu unterhaltsam, sagen wir es so. Deswegen weiß ich, werde ich, äh, deswegen werde ich die Klamotten auch alle einzeln anprobieren und euch das dann so zeigen, damit ihr mindestens sehen könnt, wie das fittet. Alles mögliche und ich versuche auch, die Klamotten, soweit es geht, in meiner Beschreibung zu verlinken. Wobei das meiste halt vintage ist, deswegen habe ich selber keine Ahnung, wo ich das her habe. Also ich kann euch sagen, wie der Laden heißt, aber nicht, ob ihr das gleiche Peace findet, so. Genau. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr lange schnacken, nur ich habe gerade ein Eis in der Hand, deswegen wird es ein bisschen schwieriger, das Video zu drehen. Wie kann man so ein Eis eigentlich essen, ohne dass es komisch aussieht? Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach erstmal mit den Hosen an, weil die kann ich dann so schon mal jetzt zeigen mit einer Hand. Hol ich mal die Hosen jetzt. Fangen wir mal an mit einer etwas sportlicheren Hose oder mit einer Hose, die ich so noch nie gehabt habe. Und zwar ist das diese hier. Wie ihr seht, das ist eine Adidas Sporthose. Und zwar, das Besondere an dieser Hose ist, dass die, ähm, quasi aus diesem Stoff besteht. Der halt so mehr als, so wie so eine Regenhose, wisst ihr mich mal? Ich habe mal in einem Video gesagt, dass ich diese Hose cool finde, habe ich mir auch eine besorgt. Das ist halt quasi einfach so eine ganz normale Hose, so eine Sporthose, weil ich habe keine Sporthosen gehabt. Man dachte, da hole ich mal so eine Regenhose oder wie die heißen, keine Ahnung, wie das Stoff heißt. Ähm, ich finde das sieht ganz cool aus. Größe L habe ich hier geholt. Das ist die Farbe, ist auch eher so ein dunkelblau mit so einem pink oder so einer laxen Farben in drei Streifen hier. Unten an meinem Bein ist auch so ein, ähm, Gummigurt. Der ist auch hier oben nochmal. Ähm, ich werde jetzt einmal noch ein bisschen von der Hose erzählen und euch ein Video davon einblenden im Hintergrund. Also dann seht ihr jetzt die Hose, weil man einfach mal ein bisschen blablabla fertig ist. So, dann haken wir diese Hose mal ab. Wenn ihr mehr zu den Klamotten allgemein wissen wollt, dann könntet ihr mir auch gerne auf Instagram einmal die Nachricht schreiben, äh, und dann, ähm, dann zeige ich euch die Hose nochmal mehr. Die Hose habe ich von Zalando geholt. Ich weiß nicht warum, aber in der Kamera sieht die Qualität gerade echt geil aus. Ich hoffe, das sieht dann auch so ein Video aus. Ähm, genau. Jetzt kommen wir zu etwas geileren Hosen, die ist echt viel. Fangen wir erstmal an. Zwei Sommerhosen. Hier. Ich habe auch mal in einem Video gesagt, ich feiere Leinhosen. Also habe ich gesagt, zu den Video Hosen, die jeder braucht. Ich habe gesagt, Leinhosen sind heftig. Ähm, hier habe ich zwei Leinhosen. Das ist einmal so eine Art beige, creme, weiß, keine Ahnung. Und dann habe ich hier immer nochmal die gleiche Hose in komplett weiß. Ähm, ja. Oh nein, shit. Fällt gerade auf, hier ist halt Fleck. Ähm, genau. Das ist eine Leinhose. Ich werde jetzt nochmal ein Video einblenden. Ich muss es eigentlich nicht jedes Mal sagen. Aber Leinhosen sind echt gute Sommerhosen, wenn du keine Shorts gerade hast, weil die sind echt dünn. Finde ich, sehen gut aus, fitten gut. Mal was Besonderes hat nicht jeder. Müsst du mal ein bisschen so ein Auge hingucken. So, dann ziehen wir mal weiter mit einer braunen Jeanshose. Die sieht jetzt, ähm, brauner in der Kamera aus, als sie eigentlich ist. Die ist eher so ein dunkelbraun. Ähm, ganz normal, straight fit. Ich glaube, die ist von, lass mich nicht lügen, die ist von H&M. Ich glaube, die hat einen 20 oder einen 30 Euro gekostet. Heftige Hose. Hat einen geilen Fit, zeige ich jetzt nochmal im Video. Äh, kann ich auch wirklich nur empfehlen. H&M ist zwar ein schrittenes Thema, weil jetzt H&M nicht die besten Arbeiterbedingungen hat. Deswegen versuche ich auch weniger da zu kaufen. Aber, ja, ich persönlich finde die Hose eigentlich ganz geil. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Hier ist halt nichts Besonderes einfach eine H&M Hose. Ich kann jetzt keine Details zeigen oder so. Ähm, das wäre dann das. Und ja, zum Titel gelesen. Vintage Haul. Oder Drift, Drift, Drift Shop, keine Ahnung. Haul. Ähm, ich hab, ah ne, die hab ich sogar hier unten. Alles gut. Hm, hm. Ihr müsst immer viel trinken bei dem Wetter. Also, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich nur noch Pieces, die vintage sind. Und deswegen kann ich auch nur halb sagen, wo ich die her habe. Aber, fangen wir mal direkt an. Warum schneide ich da irgendwie so viel? Kommen wir zu meiner aller, aller, aller Lieblings Hose, die ich besitze. Meine Skate Hose. Also, ich... Die Hose ist ein Schatz, finde ich. So, ist das diese hier. Das ist meine Cargo Hose. Die Hose, meine Freunde, ist von Dickies, wie man hier lesen kann. Oder hier an der Tasche steht auch nochmal. Dickies. Ich glaube, man sieht das. Die Hose hat ein Loose Fit. Baba Hose. Baba bequem. Ist eine Arbeiterhose. Geht echt nicht schnell kaputt. Die Süße fast gar nicht. Ähm, wirklich. Ich werde mal ein Video zeigen, wie die aussieht, wie man die anhat. Aber ich finde, das ist ein Banger, die Hose. Wirklich, ich werde die... Ich ziehe die so oft an zum Skaten. Ähm, finde ich einfach geil. Ich kann euch allgemein wie nur empfehlen, solche Hosen zu holen. Die Hose ist von, ähm, einem Vintage-Laden aus Hamburg. Und zwar von Vintage Racks. Hießen die, glaube ich. Vielleicht kennen das einige von euch. Wenn nicht, dann google das einfach. Vintage und Racks heißen die, wenn man das so aussprechen will. Ähm, genau. Finde ich geil, die Hose. Ich habe auch bei meinem Instagram mal ein Video geladen. Mit der Taube, mit Larry. Falls ihr das kennt. Absolut, sie gerne ein Video. Ähm, da hatte ich die Hose auch an. Sieht man auch, weil ich Skaten war. Dann kommen wir zu heute noch einer Hose von Vintage Racks. Auch babageile Hose. Ich liebe, ich liebe Vintage-Hosen so sehr. Diese Hose auch. Eigentlich ist es dunkler, als in dem Video jetzt angesehen. Man denkt sich jetzt, entspannt. Ganz normale braune Hose. Geiler Fit. Das Geile an der Hose ist, was ich persönlich fresh finde. Ich weiß nicht warum, aber hier ist einfach so ein kleines Detail. So hinten am Arsch quasi sind halt die Taschen. Hier und dann ist hier unten noch so eine kleine Minitasche. Finde ich sie ganz geil aus. Die Hose, wer hat es gedacht? Auch von Dickies. Auch eine Arbeiterhose. Für die Hose habe ich ein Zwanny bezahlt. Ein Zwanny für eine Dickies-Hose. Überleg mal. Das ist ein Geschenk. Also finde ich richtig geil. Die Farben matchen auch irgendwie gut zusammen. Okay, man kann keine Hosen miteinander kombinieren. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich finde allgemein dieses Farbstimmer, was ich mir ausgesucht habe. Für den Herbst wird das so heftig werden. Ich werde so viele geile Herbstbrüder haben. Weil das sind einfach so Herbstfarben und das finde ich so heftig. Also finde ich heftig, finde ich heftig, finde ich heftig. So, dann gehen wir weiter zu einem Vintage-Pullover. Den werde ich mal jetzt kurz überziehen. Vintage in dem Sinne nicht von einem Vintage-Store-Wanderer, sondern von meinem Vater aus dem Keller-Schrank. Wie man hier sieht, Deutsche Bank-Zeichen. Dann haben wir hier ein Adidas-Zeichen. Hat persönlich gesagt, war das richtig, finde ich persönlich einen heftigen Fit. Auch wenn der sehr Oversized ist, weil mein Vater halt größer ist als ich. Aber wenn ich ein bisschen noch reinwachse, ein bisschen breiter werde, dann müsste der mir eigentlich sehr gut passen. Finde ich auch geil, kann man gut zum Skaten anziehen. Sowas finde ich heftig. Also ich kann dagegen nicht sagen, ja, hier muss ich jetzt nichts einblenden. Ich kann euch den Pullover einfach so zeigen vom Fit her. Der ist halt hier echt sehr gut groß, aber was soll's, ne? Ich hätte noch mal so einen ähnlichen Pullover von Fila. Dann ist hier so ein Fila-Zeichen, finde ich auch gut. Den habe ich jetzt nicht hier, weil er jetzt in der Wäsche ist. Aber genau. Ich mache einfach direkt weiter. Wir machen jetzt einen Baba-Ibaga. Ich weiß, ich schäme mich ein bisschen. Nein, ich mache es lieber nicht. Ich mache es lieber nicht. Komm, stopp. I will not do it. So, dann tue ich den Pullover weg. Ihr müsst wissen, dass meine Klamotten hier bei mir im Zimmer schon seit ein paar Wochen liegen und ich immer wieder diese Haul machen will, aber mich nie selber überregen konnte, endlich einen Haul zu machen. Aber kommen wir zu einem Vintage-Pullover, den ich auch bei Vintage-Racks gekauft habe. Ihr merkt jetzt, der Laben ist echt heftig. Und zwar ist das der hier. Das ist einfach ein Crew-Neck von Columbia. Ja, kann man mehr oder weniger sehen. Heftiger Fit. Dicker Stoff. Ja, ziehe ich auch kurz einmal an. Der passt so gut zu meinen Dickies-Hosen, zu meinen beiden. Es passt unglaublich gut, muss ich zugeben. Ich würde echt gerne mal so ein paar Instagram-Bilder machen, aber ich bin irgendwie nicht so aktiv auf Instagram. Deswegen, ja, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal. Hier, der hat nicht so einen Loose-Fit. Finde ich geil. Habe ich auch für einen Zwanni bekommen. So ein geiler Pullover, kann man nicht sagen. Gefällt mir sehr. Im Herbst werde ich den sowieso richtig rocken. Und allgemein, ich kann Vintage-Klamotten wirklich nur jedem empfehlen. Es ist mehr oder weniger, kommt auch an, was du holst, günstiger als normale Klamotten. Und das ist halt mehr so recycelt. Nicht recycelt, wie kann man das sagen? Du, keine Ahnung, du kaufst halt keine Klamotten, wo die irgendwelche Kinder arbeiten müssen oder so. Also vielleicht schon, aber die haben ja schon jemanden gehört. Das heißt, du kaufst einfach nur weiter. Also ist es nicht so schlimm, hätte ich jetzt gesagt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja. Machen wir einfach direkt weiter mit auch einem Pullover von Vintage-Rex. Ne? Ihr checkt, ihr checkt. Und zwar ist das dieser Crewneck hier. Da drauf steht... Ich weiß nicht, was das heißt. Ich hoffe, das heißt nichts, was ich gerade denke, was das heißt. Aber auch, Stoff sieht heftig aus. Da sind so kleine Pattern drinne, quasi, wenn ich das richtig gesagt habe. Innen drin ist ja sogar gefüttert, sehe ich gerade mehr oder weniger. So ganz leicht, bin ich heftig. Also ich freue mich schon so auf den Herbst, diese Klamotten anzuziehen. Ich ziehe die kurz über. Ich würde so gerne die Klamotten jetzt schon anziehen, so zur Schule oder so. Aber dieses Wetter spielt einfach nicht mit. Es sind einfach 32 Grad seit einer Woche und ich kann nichts tragen. Deswegen provoziere ich das ein bisschen. Das ist der Crewneck, ähnlichen Fit wie der andere von vorhin. Der hat nur hier noch... Ich will jetzt hier nicht layern. Äh, so eine kleine Tasche, als kleines Easter Egg. Keine Ahnung. Kannst vielleicht irgendwas verstecken. Hier habe ich auch noch meine Leihstoff-Shorts an. Auch Cargo-Shorts. Finde ich persönlich auch sehr cool. So, dann war das. Dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Stück. An alle, die bis hierhin noch gucken. Fühlt euch gegrüßt, fühlt euch geküsst. No sexual. Wirklich sehr korrekt, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ich zeige euch das Piece. Und zwar habe ich das bei Kleiderkreisel ergattern können. Und zwar ist das ein Vintage-Polunda von Adidas. Hier ist das Adidas-Zeichen. I hope you can see it. Hier. Ja. Ich brauche ehrlich gesagt längere T-Shirts dafür, dass die Ärmel bis hier gehen vom T-Shirt ungefähr. Und der ist mir minimal groß. Aber für 14 Euro sage ich doch nicht nein. Bei einem Polunda von Adidas. Baby Blau. Ähm. Aber ja. Was soll's. Oh, eine Sache, bevor ich es vergesse. Hoffentlich liegt er hier. Shit. Der liegt nicht hier. Wundet. Und ich habe noch diesen Ring geholt. Ich zoome mal ein bisschen kurz ran. Ähm. Wo ist der Fokus? Hier. Diesen Ring hier. Den. Den. Das ist ein Naruto-Ring. Also von Akatsuki. Von Pain. Wer weiß, der weiß. Ähm. Ich gucke leidenschaftlich Anime. Deswegen dachte ich, der Ring ist ganz cool. Und ich fühle den Ring mega. Also ich weiß nicht, was er an dem Ring auszusetzen hat. Für 4 Euro. 4. Überleg mal. Und der färbt nicht ab. 4 Euro und der färbt nicht ab. Finde ich persönlich. Ist ein Schnapper. Kann man nicht nein sagen. Aber das war's dann mit der Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr irgendwann noch eine Haul sehen wollt, dann lasst gerne 80 Likes da. 80 werden heftig. Ähm. Ich war in der letzten Zeit eher inaktiv. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ja. 80 Likes werden heftig. Aber wenn nicht, dann auch okay. Meine Videos mit Next Time Clothing gehen auch bald weiter. Das war's dann mit dem Video. Lass ein Like da. Abole ich mich auch auf YouTube und Instagram und überall anders. Und tschüssi.